Hallo und Herzlich Willkommen bei Let's Play The Siege, ein neues Spiel mit der Barra zusammen. Ja, und ich hoffe, dass wir ein paar Leute finden. Oh, wie auch. 9 von 6, ähm, 9 von 6, 8 von 6. Das haben sie auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen geändert. Vom letzten Mal sah das alles anders aus. Da war das, die Searching-Bar war unten, Start und Search war auf der anderen Seite. Das haben die jetzt gerade alles irgendwie, alles geändert. Alles geändert. 1287? Das sind die Leute, die vorher nichts anderes zu tun gehabt haben, als dauernd das Spiel zu zocken. WTF? Wie haben die denn geleveilt, bitte? Also mit T kannst du dich, wenn du infiziert bist, äh... Verwandeln? Verwandeln, ja, genau. Okay. Wie gesagt. Es gibt ja noch den Ingame-Chat, also Sound-Boys-Chat, und der ist witzig. Weil darüber geht das ja. Eigentlich theoretisch. Ich will nicht mit dem reden. Musst du ja auch nicht. Du kannst ja auch einfach nichts sagen. Dann bist du aber auch suspektes. Oh, oh, hello guys. Nein, nein. Dann bin ich respektet. Jetzt wie, äh, Trump and Terrorist Town, oder? Ja, genau. Du hast zwei Monster, die sich, die jedenfalls, ähm... Ähm, wie heißt das, ähm, verwandeln. Und die an der Wäsche wollen. Okay. Will die an die Wäsche. Ja. Also die wollen dich töten. Es gibt verschiedene, ähm, Möglichkeiten, dich vor den Monstern zu schützen. Also, du kannst die ein bisschen anballern, dann... Ja, das können nämlich nur die Infizierten. Oh mein Gott. Das hätte ich dir ein bisschen früher sagen sollen. Das kann nicht mehr sein. Bist du schon tot? Ja. Ich wurde immer aufgepallert. Oha. Ich wusste es doch nicht, Mann. Ich geh dann mal. Alter! Hallo! Wie benutzt ihr das Messer? Ich glaube mit F war das. Ja, mit F. Nein! Jetzt bist du tot. Jetzt bin ich getasert worden. Ja. Ich bin so schlecht. Aber ich kann noch niemanden zugucken. Kannst du nicht? Du hast Kameras. Du kannst, äh... Weiß aber, hier steht Spectating, aber die Kamera bewegt sich nicht. Was? Äh, die bewegt sich echt nicht. Ja, du musst, du musst... Ah, jetzt. Wir standen alle ja am Tor, also wir haben uns ja auch nicht bewegt, also... Ja gut, dann. Ich guck dir mal zum Barra. Ja, wenn du das überhaupt sehen kannst. Ja, ich kann dich sehen. Ja. Was hab ich denn jetzt schon wieder? Ich weiß gar nicht, was ich grad freigeschaltet hab. Ach, da hinten hab ich was. Unfassbar. Oh Gott, direkt mal. Oh Gott, direkt mal. Ich hab irgendwie das Gefühl... Ich war voll der Noob. Ich... 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 Ich glaub, ich lauf dir mal hinterher. Was so reingeht, ja. Hä? Was ist so ein Geier? XCO schießt auf jemanden. Ich hol mir mal ein Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Amor, Amor. Alle wollen nur das eine. Oh shit. Überleben. Jetzt leben nur noch zwei. Drei. Da oben sind auch noch welche. Bei mir seh ich nur zwei. In diesem... Puto-Bier und dich. Ja. Aber da ist noch einer. Cool, Jin. Ich hab's, wie der mich anguckt, ey. Ich hab irgendwie Schiss hier. Irgendwie hab ich Sinn für, dass er das ist. Theoretisch könntest du's sogar wissen, aber ich möchte nicht gespoilert werden. Danke. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, woher, woher jetzt? Also, wenn du infiziert bist, hast du am Anfang so'n... So'n kleines rotes Symbol, das ist immer in der Mitte des Bildschirms unten. Das sagt dir, dass du infiziert bist. Du kannst... Ähm... Auch sehen daran, wenn jemand infiziert ist, wenn du selber infiziert bist, ähm... Der hat dann so'n roten... Also, deine... Oh, shit, Leute. Der hat dann so einen? Der ist dann rot. Okay. Ist Lexis wo? Und ich dachte mir gerade so, hm, ich kenn' ja Blut trinken, läuft. Mhm. Ich dachte, das kann man als... Egal als welcher Typ. Fand ich wohl noch direkt ausgebotet. GG. Ähm... Es sind noch vier Stück, ne? Warte mal, kann das sein? Ja, das bin ich gewesen. Wow. We shouldn't trust this down to me. Wenn ich das den Hebel drücken, damit die Tür aufgeht. Und da müssen wir die Tür hinten noch aufmachen. Was zum Geier? The fuck, die meisten sind ja gegenseitig. Was ist das denn für ne Kranken? We have a winner. Wir alle ein bisschen an... Good for you. You lose. Ach, wirklich? Ach, es gibt nur einen Infizierten. Nein, zwei. Der andere ist wohl rausgeflogen. Oh mein Gott. So, ich hab auch 1000 XP bekommen. Level 3. Boah, 1000 ist das schon viel. Das ist echt viel. 1428 sogar. Wow. Boah. Da hast du mehr als ich gekriegt. Was? Tu mir ne erste Wunde. Was auch gut ist, du bleibst schön in der Party. Nicht so wie bei Dead by Daylight, wo du jedes Mal... Immer wieder. Ernsthaft. Nicht so wie bei Dead by Daylight, wo du jedes Mal dann... Was sind diese Kisten da eigentlich? Das sind... So wie bei Overwatch. Ähm... Wenn du Level aufsteigst, kriegst du ne Kiste, in der sind Skins drin. Aha. Hm. Koji. Die gleichen Leute wieder. Ja, diesmal haben wir aber Get Scared Bro noch dabei. Ich weiß nicht. Bitte lass mich nicht infizierten. Ja, die Sache ist die, wenn du Blut trinken möchtest. Also die Sache, ich kann dir das nochmal erklären. Am, im letzten, es gibt, ähm, ich glaub, ein oder zwei, äh, zwei oder drei Ebenen. Und in der letzten Ebene... Hallo. Hi. In der letzten Ebene... Hallo. Gott, Leute. Hallo. It's okay. What? It's okay. In der letzten Ebene hast du halt genug Blut so zusammen, ohne dass du vorher trinkst. Das heißt, in der letzten Ebene kriegst du den ganzen Ladebalken voll. Du hast ja so ein... ähm, so ein Kreis vor dir gehabt. Ja. Mit so drei Strichen. Und, ähm, da kannst du dann, ähm, wenn du einen so ganzen Strich voll hast, kannst du damit jemanden umbringen. Ja? Aber, du kannst auch warten mit, ähm... Mit dem Blut trinken. Du musst das ja nicht in den ersten zwei Ebenen oder sowas machen. Du kannst, du kannst das auch, ähm, später halt einfach nur direkt kriegen, weil, wie gesagt, in der letzten Ebene kriegst du das automatisch. Da hast du, da hast du, ich weiß nicht, ob du da sogar unendlich Blut hast. Du kannst da theoretisch, wenn du, wenn du gut bist, alle schmetzeln, ohne dass du einmal Blut getrunken hast. Wow. Hey, ich wollte auch die Punkte haben. Hallo. Und wenn die Lever umlegen, oder, wie sieht das aus? Du kannst jemanden umlegen, wenn du der Meinung bist, du möchtest ihn umlegen, aber du brauchst dafür ein Voting. Hey, 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 komm her. Okay. Komm her. Okay, I'm coming, I'm coming. Hey. Komm her. Hey, ich bin special, kid. Komm her in the bag. Das sieht keiner. Get scared, boo. I got it. Okay. Ah, okay. Ah, man kann auch rennen. Inspec. JXO, scan ich JXO. Infected, boys. War, wie schön. Yep, I'm pretty sure. Hey, wie schön. What the fuck? We're gonna infek you later. Oh, God. Oh, God. Who is infected? JXO, I scanned him. His name is just JXO. Oh, God. Oh, fuck. The fuck? Alter, und der andere ist auch noch infected. Der würde mich doch sonst nicht kaputt schlagen, hier. Alter, bist du das? Ja. Sengoku is infected as well. He wants to kill me. Keep an eye on this, bro. Yeah, it's Sengoku JXO. Sengoku JXO. Shoot him. Hehehehe. Dude. Koji, right behind you. JXO. No, shoot him. You fucker, Koji. Scanned him, bro. He's infected. Sorry. You can scan me. Infected, you can say that, too. I have no shoes. I have no shoes. I have no shoes. Yeah, but you're always knifing me. No. It's a lie. He's grabbing shit. I'm following JXO. Oh Gott, da bist du schon wieder. Come on. Nein. 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 Alter, bist du da schon wieder? I don't know where it's JXO is. Where is it? Sengoku. Another one. Oh, shit. I know it's JXO for sure. I don't know about Sengoku. No. I know. Someone is killing me. I didn't see. Someone else looked who's down. At least you tried. Okay, he's. Eleven seconds. Mr. Camera. Ah, come on, I ain't. Yeah, yeah. Alter, what the fuck? This blind-nehmigkeit. What the fuck? I can't remember this. It's like, go through, JXO. One more JXO. There he is. I'm on this. Coming in. You lose him. Okay, go, brother. Jackson, no. Last one. I'm telling you. Why am I always infected? Ich hab nichts auf mir rein Da ist noch einer übrig Ja, Jaxo Oh nein, jetzt hat der auch noch Erztaft Erztaft Was denn? Du kannst ja weitergucken Ich guck ja grad noch weiter Die haben grad den Unschuldigen getötet Wenn du meinst, dass wirklich Jaxo das ist Dann haben die Oh man Ich spoiler dich nicht Oder lebst du nicht mehr? Ich leb schon lange nicht mehr, ich wurd schon längst getötet Es ist Jaxo Er ist mein zweiter Mate Zum zweiten Mal schon Und zum zweiten Mal macht der ihn wieder nichts Mach was Jaxo Was macht der da? Was macht der da? What the hell? Der macht ja gar nichts Warum nicht? Der hätt ja doch schon längst die Leute kreien können Wie er troll Ja Sorry Sorry You know I said from the fucking beginning No one listens to me Just kill the guy with high elo So guck wieviel Punkt ich jetzt kriege 1104 Sorry man Sorry man Muss man ne Runde überleben damit man im Rang aufsteigt oder? Oh Gott Man muss gewinnen Also ich nie Gut Wenn du die ganze Zeit Ähm Ähm Wie heißt das? Ähm Weißweudel Ich stell das mal ein bisschen runter Wenn du die ganze Zeit ähm Monster bist ist das schwierig Ja vor allem als Noob Ja Aber Ich geb nichts auf die Ränge Mir macht das Spiel einfach an sich Spaß Ja Ja Ich hab mehr gelacht als bei Dead by Dead bis jetzt Hehehe PandaTV PandaTV Okay Pfff Oh Mann, meine Tasse, du musst jetzt wieder sauber machen Wie sieht aus? Keine Ahnung Ich möchte keinen Com- Kein- Ich möchte da nichts Von wissen Na deine genau so Schön Wie ich die alleine Ich möchte da nix von wissen Eieieiei Ja, ich muss auf jeden Fall so machen, das ist wahr Das ist wahr Das ist keine Reihe Könne mal, das kann sich jemand antun Sieh den Schuh an Sieh den Schuh Da liegt ein Schuh Anstatt nackt rumzulaufen Willkommen Was bist du, Borra? Ich sage, ich sprech da nicht drüber Sonst wird das Was ist das, ein bisschen Was ist das, ein bisschen Hast du zu spät gedingst? Haha, ich hab die Kamera. Du musst übrigens auch immer. Ich hab ne geile Schutze. Ich track dich mal. Ne, ich tracke dich. Das heißt, ich weiß, wir können dich alle sehen, wo du rumläufst. Ja, warte mal, ich will dich auch tracken. Ja? Hast du das? Hast du das? Ne. Oh, ich hab nen Tracker, glaub ich jetzt. Ne, nicht du. Oh, schade. Hi. Kommen wir durch. Alter, was hat der denn für'n, für'n... Panda-TV? Ja, ohne Mist, das ist bestimmt so'n übelster Streamer hier. Und ich kenn' den nicht mehr. Naja, so übel kann der dann auch nicht mehr sein. Sorry. Der musste jetzt sein. Das ist echt fies. Da geht's umافch. Ohhm, geht's an. Winni sterben. Ich hab grad überhaupt keine Ahnung! Ich hab grad überhaupt keine Ahnung! Ich guck dich an hier! Ich verfolge dich! Oh! Amo! Nice! Neun Schuss! Das ist super! Runkel das einfach mal so! Oh, ich soll das! Ja manchmal hat's! Was liegt das am Spiele oder mein PC? Holy man is infected! Holy man is infected! Holy man is infected! Oh my god! But you can't kill me! Cause you're fucking stupid! What the fuck up man! Shut the fuck up man! Cause I'm gonna eat your face! What the fuck! Du bist so als Basti! What the fuck! I sold my partner out! Cause he fucked me last! Halt halt das ein Ball! I'm just gonna have to kill all of you by myself! Bist du noch am Leben dran? Ja! Cool zum Lachen! Ja, weil ich nicht will, dass du stirbst! Wer ist das? Weiß ich nicht! Bist du das? Ja! Oh! Ich bin, ich bin, ich bin schwarz! Oh my god! Ja, ich bin der hier! Hi! Oh my god! Ich bin der weg! Holy shit! Ich bin der weg! Ich lass dich raus! Ich lass dich raus! Oh my fucking shit! Alles was hier hochkommt, schieben ich hab ich schon oder sogar! Oh god shit! Oh my god shit! Die Tür sind zwei Sekunden anlockt! Oh fuck! Wir müssen zusammen bleiben! ja brauchst du ammo, Barbara? ne boah ich hab 20 Schuss was bist du denn? ich hab dich verlaut scheiße wir können glaub ich sowieso nicht traden also von daher hätt ich lieber einen Tracker oder so dann hätt ich wenigstens ja dann hätt ich den scheiß komm her komm zu mir was bist du denn? ich weiß nicht wo du bist hier wo der Typ jetzt steht komm her hin tu nochmal auf ihn draufschließen bitte oh scheiße ich hab ein fps drop ich hab ein fps drop tu nochmal draufschließen er ist weg ich hab 40 Schuss und als ich ihn inspecting er ist er 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 fehlter scheiße du hättest zum ausgehen gehen sollen ich wusste ich wusste ja auch nicht dass der auch infekte ich wusste nur von holy man holy shit oder wie der hieß holy man holy man ja scheiße krass aber wieso bin ich aus einer lobby weil du wahrscheinlich das spiel früher geskippt hast bei wenn du skippen tust dann gehst du automatisch aus dem mit 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 mit